Ich glaube nicht, dass die Fußballer alle konsequent sagen, ich habe keinen Bock mit den Leuten in Kontakt zu kommen, ich habe keinen Bock mit den Fans zusammen zu sein, aber es nimmt natürlich immer Ausmaße, wo die natürlich dann auch ein bisschen geschützt werden müssen und ich kann das schon nachvollziehen, dass das da schwieriger ist, einfach auch weil es eine ganz andere Masse an Menschen ist, da diese Nähe so ein bisschen zu bewahren. Und das ist vielleicht auch unser Steckenpferd ein bisschen beim Handball, beim Basketball, dass wir immer noch die Chance haben, trotz aller Professionalität, die extrem gewachsen ist in den letzten Jahren, trotzdem noch so die Nähe zu den Fans war. Das war Rune Darmke, Handball-Nationalspieler des THW Kiel. Für diese Folge habe ich mich mit Rune Darmke zum Interview getroffen. Rune hat mit der Handball-Nationalmannschaft im Winter bei der Europameisterschaft im eigenen Land erlebt, wie man Euphorie auslösen und wie schnell die Stimmung auch wieder kippen kann. Wir haben uns darüber unterhalten, was eine Nationalmannschaft braucht, um erfolgreich sein zu können, was der Fußball vom Handball lernen kann und wann man ein solches Turnier eigentlich als Erfolg bewerten sollte. Das klingt ziemlich spannend. Hören wir mal rein. Rune, ganz Deutschland hat auf ein Wintermärchen gehofft. Das ist ausgeblieben, kann man sagen. Nun hoffen die Deutschen auf ein Sommermärchen 2.0. Meine Frage an dich, fieberst du auch bei der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land mit? Und wenn ja, wie wirst du die Spiele verfolgen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch irgendwie das Gefühl, es gab ja so ein bisschen, ich sage mal, die Euphorie war ein bisschen abgeflacht nach dem nicht so erfolgreichen letzten Turnier. Aber jetzt nach den letzten Testspielen vor allem habe ich das Gefühl, dass irgendwie wieder was passiert und dass die Leute Bock haben und man merkt, die Mannschaft hat Bock. Und ja, ich habe es im Januar selbst erlebt, was so ein Turnier im eigenen Land mit einem macht und mit den Leuten macht. Und wenn man sich das oder wenn man das auf den Fußball überträgt, dann ist es natürlich nochmal mal tausend. Von daher glaube ich, dass man da richtig Spaß haben wird. Und gucken, ja, weiß ich noch nicht genau. Also ein Teil vielleicht in Kiel, das hängt so ein bisschen von der Vorbereitung für olympische Spiele ab. Ein bisschen von meiner Freundin, die ja auch dabei sein wird bei den olympischen Spielen. Von daher, mal gucken. Gucken wir mal ein bisschen zurück auf das, was du gerade eben schon angesprochen hast, den Januar, wie es ist, vor 53.000 Zuschauern zu spielen. Weißt du, seit dem EM-Eröffnungsspiel in Düsseldorf, Hand aufs Herz, beneiden Handballer, die Fußballer darum, regelmäßig vor so vielen Fans zu spielen? Ich weiß nicht, ob das so richtig neid ist, aber ich glaube, es ist schon wahnsinnig zu sehen, was abgeht in so einem Stadion. Auch gerade in Deutschland mit den Choreografien und dieser Inbrunst der Fans. Das ist schon eine Leidenschaft, die siehst du beim Handballen nicht so in der Häufigkeit wie beim Fußball. Ich glaube, wir sind auch sehr, sehr zufrieden, gerade in Deutschland mit diesem Zuschauermagnet-Handball, der es ja nun mal ist, hat man auch bei der EM gesehen. Die meisten Zuschauer, glaube ich, jemals in der Historie bei so einem Großturnier. Von daher sind wir, glaube ich, sehr, sehr zufrieden. Aber das ist schon auch nochmal eine andere Leidenschaft beim Fußball, muss man auch sagen. Du und auch der Rest des DHB-Teams, so hatte ich zumindest so den Eindruck, ihr wirkt jetzt schon so beseelt nach diesem Düsseldorf-Erlebnis, nach diesem Weltrekord und habt ja auch so ein bisschen so eine Euphorie da entfacht. Wie habt ihr die Stimmung als Spieler da wahrgenommen? Ich kann mir vorstellen, man lebt ja während eines Turniers auch so in so einer kleinen Blase und kriegt gar nicht so viel von außen mit. Aber was habt ihr mitbekommen und warum ist das auch so wichtig, während eines Turniers zu wissen, dass man so das eigene Land hinter sich hat? Ja, ich glaube, wir haben es schon. Also natürlich stimmt das, dass wir auch mit Absicht immer so ein bisschen abgeschottet werden, weil es, glaube ich, sonst auch ein bisschen zu viel wird während des Turniers. Da den Fokus zu verlieren, ist dann doch relativ leicht. Aber ja, das war schon Wahnsinn. Also in diesem Fußballstadion in Düsseldorf. Ich glaube, die schönsten Momente für mich war einmal nur das Reinkommen zum Warmmachen schon, wo man wirklich dann auch in Schwarz-Rot-Gold die Leute sieht und wo es dann wirklich nochmal das 3-, 4-, 5-Fache ist von dem, was man normalerweise kennt. Ihr spielt vor 10.000 hier beim THW, ne? Genau, hier vor 10.000. In Köln war es vor 20.000. Also es sind auch schon Massen, aber das war natürlich nochmal was anderes. Nationalhymne mit 50.000 Leuten im Chor ist natürlich, ja, das ist was ganz Besonderes, das vergisst man noch nicht. Aber ich muss sagen, so die Atmosphäre im Spiel beim Hallensport gefällt mir dann schon, wenn alles so ein bisschen dichter und kompakter ist, weil es sich nochmal ein bisschen anders aus Feld irgendwie überträgt und die Atmosphäre ist ein bisschen geladener. Du hast schon gemerkt, dass, ich sag mal, diese Sprechchöre oder so, das hat ein bisschen gedauert, bis ich da... Bis das ankommt, ja? Bis das ankommt und es hat sich so ein bisschen überschnitten. Auf jeden Fall war das für uns unten so. Und ich glaube, da sind wir alle sehr glücklich, dass es beim Handball sehr intensiv und sehr dicht dran irgendwie alles ist, was auch für mich immer viel Leidenschaft anlässt. Als es so ein bisschen ruckelig wurde, wurde plötzlich auch so Kritik lauter, die ich zumindest so außerhalb wahrgenommen habe, weil die Erwartungshaltung gestiegen ist, könnte ich mir jetzt so vorstellen. Das ist zumindest ja auch das, was häufig dann irgendwie geschrieben wurde. Kann man das ausblenden oder beeinflusst einen das als Nationalspieler? Juri Knorr hat sich dazu ja mal geäußert und hat gesagt, dass er da ganz schön mit zu kämpfen hatte. Wie war das so in deiner Empfindung? Ja, ich glaube, der Erwartungsdruck ist natürlich groß. Nichtsdestotrotz habe ich immer noch das Gefühl, dass wir Spieler uns eigentlich selbst am meisten auch immer unter Druck setzen und immer maximal erfolgreich sein wollen. Also so geht mir das jedenfalls. Ich finde es ja eigentlich immer gut, wenn die Erwartungshaltung groß ist, weil dann auch von den Zuschauern immer viel investiert wird und man merkt, dass die Leute dahinter stehen. Aber ich finde, man muss dazu auch sagen, wir haben das Halbfinale erreicht. Und auf dem Papier, wenn man sich unsere Mannschaft anguckt, gegenüber den anderen drei Halbfinalisten, gehören wir, ich sage mal, rein von der Qualität dann auch eher auf den vierten Platz. Ich sage nicht, dass es mal ein Turnier geben kann, wo du an einem Tag oder an zwei Tagen Frankreich, Dänemark und so weiter, da Schweden schlagen kannst, hundertprozentig. Also das geht immer im Sport. Das macht Sport ja irgendwie auch aus, wenn man nur die Karte nebeneinander hält und sagt, ja, das ist die bessere Mannschaft, die gewinnt, da brauchen wir nicht spielen. Das ist ja das Schöne am Sport. Dann wäre Holstein-Kiel vielleicht auch gar nicht in die Bundesliga aufgestiegen. Dann wäre Holstein-Kiel vielleicht nicht in die Bundesliga aufgestiegen, genau. Aber ich glaube, wir können trotzdem nachher diese EM abschließen im eigenen Land und sagen, das war rundum gut. Wir kommen nachher nochmal so ein bisschen zu den Parallelen auch zum Fußball, was die Nationalmannschaft anbelangt. Und bleiben wir da nochmal einen Augenblick bei den Differenzen sozusagen. Beim Fußball fiebern ja noch mehr Menschen mit, haben wir ja gerade eben schon besprochen. Also beim Handball ist das so aus deiner Sicht eher Fluch oder Segen, dass es weniger Handballfans gibt? Ja, ich hätte schon gerne, dass es genauso viele sind. Also keine Frage. Ich finde, man muss sich auch nicht kleiner machen, als man ist. Ich finde, das ist schon auch eine riesige Euphorie und extrem viele Menschen. Wo ich auch merke, so eine Nationalmannschaft hat nochmal eine ganz andere Strahlkraft als jetzt der THB Kiel zum Beispiel. Obwohl der ja auch sehr, sehr groß ist im Handballbereich. Aber ich finde, man merkt schon, wenn dann da 10 Millionen Leute zugucken vor den Fernsehgeräten, und das ist schon eine ziemliche Strahlkraft hat. Nichtsdestotrotz, Fußball bleibt Fußball. Das ist kein anderer Sportart, kann sich damit vergleichen. Aber man merkt schon, dass man, ich habe das Gefühl, dass dann auch viele Leute, die sonst vielleicht nur exklusiv Fußball gucken, sich dann bei der Nationalmannschaft schon mal dahin stellen sollen. Für Deutschland finden wir geil, wenn da die Balle auch gut sind. Oder irgendeine andere Sportart, wie zum Beispiel Basketball. Du kannst dich, du spielst beim Rekordmeister, das darf man ja nicht vergessen. Wenn wir jetzt den Rekordmeister im Fußball sehen, Bayern München, wenn du da spielen würdest, könntest du dich wahrscheinlich nicht so in der Öffentlichkeit bewegen, wie du das jetzt hier gerade kannst. Auch die Durchschnittsgehälter im Handball sind deutlich geringer, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne zu wissen, was jeden Monat bei dir da übrig bleibt. Aber schaut man da neidisch dann trotzdem mal so ein bisschen rüber und denkt, Mensch, wäre irgendwie auch cool, wenn wir genauso prominent, genauso reich wären wie die Fußballer. Ist das ein Thema in Handballkreisen? Naja, ein Thema. Geld ist immer ein Thema irgendwo. Aber für mich, ich mache das jetzt ja auch schon eine Weile und ich würde nicht tauschen wollen mit den Bayern-Spielern. Also ich glaube, vielleicht hat Juri das auch so gesagt, dass man während dieser Heim-EM gemerkt hat, wie das so ungefähr sein könnte, so ein Alltagsleben als Bayern-Spieler. Und bei ihm ist das mit Sicherheit auch immer ein bisschen größer gewesen als für mich, aber ich möchte das nicht haben. Also ich finde, das ist schon auch eine Belastung, die man ganz schwer einschätzen kann. Ich glaube, Handball in Kiel ist ziemlich groß. Und nichtsdestotrotz habe ich nur einen ganz kleinen Prozentteil davon, was so ein, ich weiß nicht, Thomas Müller oder Manuel Neuer tagtäglich ausgesetzt ist. Das ist natürlich auch immer alles eigentlich was Positives über den Spieler, über den Sportler. Aber das jeden Tag so zu haben, dass man keinen Schritt unbeobachtet machen kann, keine Entscheidung treffen kann, ohne immer im Kopf zu haben, ich muss ein bisschen aufpassen, wo ich was mache, mit wem. Und ja, wahrscheinlich, was ich esse, was ich trinke und so weiter, was natürlich zum Sportleben an sich gehört. Aber immer so, ja, alles davon abhängig zu machen und wahrscheinlich viele Sachen auch nicht zu machen, weil man weiß, das löst dann immer gleich riesige Trauben von Menschen aus. Da verzichte ich jeweils ein bisschen. Sehr gut. Was ich mir im Zuge dessen überlegt habe, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mich immer ein bisschen schlau gemacht. Aber dafür sind deine Chancen vielleicht größer, nach der sportlichen Laufbahn eine zweite Karriere starten zu können. Du bist ja Immobilienkaufmann, hast mit deinem Vater und deinem Bruder ein eigenes Unternehmen gegründet. Ich weiß nicht, ob Leroy Sané, ob ich von dem eine Immobilie kaufen würde, ohne dir Honig um den Bart schmieren zu wollen, aber du wirkst da schon ein bisschen seriöser. Die Frage, die ich mir gestellt habe, kennst du den durchschnittlichen Quadratmeterpreis eines Einfamilienhauses in Kiel eigentlich? Ja, kommt drauf an, wo. Oh, also es ist immer noch, auch wenn natürlich die Bautzinsen extrem gestiegen sind, sind die Preise nicht so gefallen, wie viele das erwartet haben. Aber da kannst du immer noch von 3.000 bis 7.000, kriegst du alles, je nachdem, ob du in Düsseldorf guckst oder vielleicht außerhalb ein bisschen in, weiß ich nicht, Rousseau oder Mettenhof oder wie auch immer. Also das ist ein ganz spannendes Thema, beschäftige ich mich auch so immer noch viel neben dem Handball mit, weil es mich wirklich interessiert, weil ich so ein bisschen natürlich die Wurzeln drin habe und natürlich auch meine Zukunft ein bisschen darin sehe. Nichtsdestotrotz, ein Leroy Sané kann mir wahrscheinlich, wenn er seine eigene Bude verkauft, ein deutlich schönerer Mobil verkaufen. Ob ich sie mir leisten kann, ist die zweite Frage. Ich glaube, da können wir uns beide ganz hinten anstellen. Naja, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich auch merke, das ist für mich schön bei aller Wichtigkeit vom Handball und es ist mein Leben und es ist meine erste, zweite, dritte Priorität, solange das eben geht. Aber ich merke auch in den letzten Jahren, es finde ich gut ist, nebenbei immer was für meinen Kopf zu machen, immer nebenbei nochmal ein bisschen, sagen wir mal die Sichtweite und den Sichtwinkel ein bisschen zu vergrößern, weil das vieles dann auch so ein bisschen in Perspektive setzt und mir manchmal auch hilft so ein bisschen den sportlichen Erfolg oder Misserfolg dann so ein bisschen wenigstens, ich sag mal, runterzuschreiben. Du hast das ja eben schon so ein bisschen sanft anmoderiert, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Handballer und auch die Basketballer nach dem WM-Titel den Deutschen so ein bisschen näher gekommen sind irgendwie als die Fußballer. Hast du auch das Gefühl und woran mag das Leben? Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass wir extrem nah immer noch so zu unseren Fans sind, dass es natürlich auch nicht so große Barrieren gibt. Ich glaube, dass die Spieler da gar nicht so viel für können, aber wir haben schon eben darüber gesprochen, das sind natürlich auch ganz andere Zustände. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt hier in Kiel über die Kiel-Linie laufe, dann guckt vielleicht mal einer und sagt vielleicht mal einer Moin, aber das war es dann auch. Wenn das einer von den großen Fußballern macht, das dauert fünf Minuten, dann kann der nicht mehr geradeaus gehen, weil so viele Menschen dann da sind. Und ich glaube, dem ist es auch viel geschuldet, dass natürlich die Distanz dann immer ein bisschen größer wird, weil ich glaube, das ist dann auch irgendwann nicht mehr tragbar. Ich glaube nicht, dass die Fußballer alle konsequent sagen, ich habe keinen Bock, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, ich habe keinen Bock, mit den Fans zusammen zu sein, aber es nimmt natürlich immer Ausmaße, wo die natürlich dann auch ein bisschen geschützt werden müssen. Und ich kann das schon nachvollziehen, dass das da schwieriger ist, einfach auch, weil es eine ganz andere Masse an Menschen ist, da diese Nähe so ein bisschen zu bewahren. Und das ist vielleicht auch unser Steckenpferd ein bisschen, beim Handball, beim Basketball, dass wir immer noch die Chance haben, trotz aller Professionalität, die extrem gewachsen ist in den letzten Jahren, trotzdem noch so die Nähe zu den ganzen Seiten. Was kann da aus deiner Sicht der Fußball gegebenenfalls von anderen Sportarten auch noch lernen? Gibt es irgendetwas, wo man vielleicht auch ja ein bisschen Nähe wiederherstellen kann, ohne jetzt, sage ich mal, in der Öffentlichkeit es zuzulassen, dass mich 100 Leute dabei begleiten, wenn ich irgendwie essen gehe? Gibt es irgendwas, was dir da so einfließt? Ja, das ist gar nicht so leicht. Ich denke, dass da auch viele kluge Köpfe darin arbeiten, um vielleicht so ein bisschen das Image ein bisschen nahbarer zu machen. Ich glaube, dass zum Beispiel auch Fabian Rehse zeigt in Berlin, der jetzt ja auch lange in Kiel war, dass er da viel Zuspruch auch gewinnt, diese Nähe zu den Fans zu haben und sich auch mit den Fans zu identifizieren, die den Verein ja ausmachen. Das ist genauso wie bei uns, wenn bei uns ein Jahr lang keiner mehr in die Halle kommt, dann gibt es das hier alles gar nicht mehr. Und von daher glaube ich, oder ich habe das Gefühl, dass der Trend gleich wieder ein bisschen mehr in die Richtung geht. Da hier zum Beispiel, weiß nicht, Marco Reus, der zum Abschied da nochmal, was weiß ich, 100.000 Euro für ein Jahr ausgeprägt hat. Das ist irgendwie was Cooles. Ich glaube, da entsteht manchmal mehr Bindung, auch langfristig und nachhaltig mit einer so einer Aktion oder mit zwei, drei Aktionen. Ich glaube ja nicht, dass du jede Woche dich auf so einen Platz stellen musst und mit den Leuten irgendwie zwanghaft ins Gespräch kommen musst. Aber ich glaube, so kleine Gesten zwischendurch sind immer möglich, um auch einfach zu zeigen, dass man das zu schätzen weiß, was die Leute ja nicht nur von ihrer Zeit investieren, sondern auch von ihrem eigenen Geld investieren. Wenn ich sehe, wie viele Leute bei uns bei jedem Auswärtsspiel dabei sind, dafür Urlaub nehmen, um ein Samperlspiel zu sehen, nicht nur hier zu Hause, sondern überall anders zu sagen, da frage ich mich schon manchmal, was muss ich dann noch mehr auf die Platte bringen, um dem gerecht zu werden, was die prozentual von ihrer Zeit und ihrem Geld, was sie verdienen, für diesen Verein investieren. Ich glaube, da tut man immer gut daran, sich daran zu erinnern, was für ein Privileg man eigentlich hat. Schauen wir mal ein bisschen auf die Nationalmannschaft, auf den Handball und auf den Fußball natürlich. Du hast in deiner Karriere viel erlebt, beim THW vor allem, du hast ja alle wichtigen Vereinstitel gewonnen, aber auch als Nationalspieler. Aus deiner Erfahrung heraus, wie muss ein Kader einer Nationalmannschaft aus deiner Sicht zusammengestellt sein, damit sich die Chance auf Erfolg erhöht? Also was braucht es? Ja, also ich glaube, Priorität eins ist immer natürlich die bestmögliche Qualität natürlich auszusuchen, aber ich finde gerade in diesem Konzept Nationalmannschaft, wo du so wenig Zeit zusammen hast und wo dieser Block, diese zwei Wochen Turnier plus vielleicht zwei Wochen Vorbereitung, also vier Wochen, ich glaube, da geht es dann nicht primär darum, wer hat die beste Taktik oder wer ist am besten taktisch ausgelegt, sondern auch sehr viel darum, was man als Mannschaft entfachen kann und wie man füreinander steht. Also ich glaube, wir haben es immer wieder erlebt, dass aussichtslose Situation oder aussichtslose Rückstände aufgeholt wurden, nicht weil man auf einmal den schönsten Ball spielt, sondern weil man eine Energie rüberbringt und einen Kampf und füreinander, wo dann so ein Momentum entsteht. So, wir haben das hier in Kiel erlebt, Hinspiel mit minus neun, Viertelfinale verloren. Champions League. Champions League, genau. Rückspiel eine Woche später mit zehn gewonnen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir wunderschönen Handball gespielt haben, aber manchmal ist es wirklich Wille und das Füreinanderkämpfen, das Füreinanderdasein. Und ich glaube, gerade in so einem, wie ich gesagt habe, in so einem ganz kurzen Block, wo man nur zusammen ist, wo man ja auch nie perfekt eingespielt ist, ist, glaube ich, dass bei der Kaderzusammenstellung auch der Charakter immer eine ziemlich große Außergebung ist. Man sagt ja, Mentalität schlägt Qualität, gerne in solchen Situationen. Ich bin da bei dir. Braucht es aber auch Reizfiguren? Im Fußball gibt es ja kaum noch jemanden, der so polarisiert, seine Meinung sagt, aneckt. Man muss allerdings gestehen, beim Handball ist das auch ein bisschen weniger geworden, wenn wir uns an den Handball-Punk Stefan Kretschmer erinnern. Diese Typen gibt es jetzt auch nicht an jeder Ecke. Aber tatsächlich, glaubst du, dass es wirklich auch noch Reizfiguren gibt, die so eine Mannschaft besser machen oder Dinge abfedern? Naja, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Es wird, finde ich, immer viel gerufen nach Typen, wir brauchen Typen und was das genau bedeutet, weiß ich nicht. Ob das dann immer heißt, dass man im Interview mit Absicht ein bisschen provokativ oder freischnauze einfach nur sagt, was man denkt, ohne so wirklich über die Konsequenzen nachzudenken, bin ich kein Freund von. Ich auch tatsächlich nicht. Aber ich denke da eher an so Dinge wie jemand, der in der Kabine einfach gerade raus sagt, was er denkt, ohne, also im besten Sinne für die Mannschaft und Dinge anspricht, die andere vielleicht nicht ansprechen wollen. Ja, das 100%. Das könnte mir irgendwie hier schlecht ausgelegt werden. Genau, das 100%. Oder auch im Spiel vielleicht jemanden mal provoziert und sagt, pass mal auf, der Gegner kriegt jetzt von mir mal einen mit, um hier ein Zeichen zu setzen. Das ist ja auch etwas, wo man reißt selbst. Das 100%, aber das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Typen. Also jemand, der sich nach dem Spiel hinstellt, klar, man muss da glaube ich auch mal sagen, was Sache ist, aber meine Meinung ist, dass das hundertmal wichtiger ist, sowas intern zu haben oder auch auf dem Spielfeld zu haben, dass jemand sagt, okay, ich merke, es läuft gerade nicht, ich setze jetzt mal ein Zeichen für die Jungs, ich gehe voran, ich übernehme Verantwortung, auch wenn ich vielleicht selbst auch Angst spüre vom Versagen oder den Druckspür oder wie auch immer, 100%, das ist glaube ich viel wichtiger, als man manchmal einschätzen kann, sowas zu haben in der Kabine und auch im Spielfeld. Aber ich glaube nicht, dass es super wichtig ist, jemanden zu haben, der sich vor die Presse stellt und zu sagen, so, jetzt haue ich mal auf den Tisch und jetzt zeige ich dir mal, was los ist und wer ich bin. Ich glaube, das wird dann vielleicht manchmal ein bisschen überschätzt. Bin ich ganz bei dir. Das, was du gerade beschrieben hast, um das auf den Fußball umzumünzen, mir fällt ein Spieler ganz besonders ein, der uns zum Weltmeister gemacht hat 2014, Bastian Schweinsteiger war sicherlich so ein Typ. Wenn wir uns jetzt mal sowohl Handball als auch Fußball angucken, eine Parallele zum EM-Kader des DHB, finde ich, gibt es auch jetzt beim DFB. Es sind viele junge Spieler ins EM-Aufgebot gerutscht. Von diesem Hintergrund muss man die Fans ein bisschen bremsen, damit die Erwartungshaltung nicht zu groß ist. Es geht ja, wenn man junge Spieler auch ranführt, in erster Linie mal um Entwicklung. Und ich habe es gerade schon gesagt, Bastian Schweinsteiger und Co. sind nicht 2-6-Weltmeister geworden, sondern 2014, als sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere waren. Auch bei der Handball-EM war es vielleicht ein Zwischenschritt zu etwas Großem. Also von daher nochmal die Frage, müssen wir ein bisschen die Erwartungshaltung in Deutschland runterschleiden? Ja, die Frage ist ja immer, was die Erwartungshaltung ist. Also ich glaube, wenn du sagst, wir müssen Europameister werden, weil dann klappt es meistens nicht. Aber ich glaube, dass man da sowieso nicht viel gegen machen kann. Und ich weiß auch gar nicht genau, wie viel das dann in der Mannschaft ändert. Ich glaube, wir müssen vielleicht ein bisschen gucken, dass wir nicht nur sagen, wir gewinnen nur, wenn wir am Ende Gold haben oder wenn wir am Ende den Pokal haben. Ich glaube, wenn du so ein bisschen weggehst von Erfolg und Misserfolg ist zu 100 Prozent nachher platzierungsgebunden, ich glaube, dann ist es sehr leicht zu verlieren. Ich habe aber auch das Gefühl, wenn da elf Mann auf dem Platz stehen, die nach 90 Minuten nicht mehr laufen können und wie ein Basti Schweinsteiger aufgeplatzt ist, hier am Auge oder blutet oder dass die Leute sehen, die geben für ihr Land alles und die können danach nicht mehr normal vom Platz gehen, weil die so fertig sind und weil nichts mehr im Tank ist. Ich glaube, dann sind viele hier in diesem Land und die meisten hier im Land, die sagen, ich bin stolz, dass das unsere Mannschaft ist und egal, ob die jetzt dann im Halbfinale oder vorher aufsteigen, aber die haben alles gegeben, was sie hatten, hat vielleicht nicht alles funktioniert, aber das ist eine Mannschaft, mit der kann ich mich identifizieren und ich glaube, wenn die das so hochhalten können, dann werden wir in Zukunft auch erfolgreich sein. Ich glaube, dann hast du hier 80 Millionen Leute plus, die sagen, ja, das hat Spaß gemacht und da bin ich stolz. Sich freimachen von Titeln und Ergebnissen, Platzierung hast du gerade gelernt. Ich bin tatsächlich da bei dir, weil ich auch das für wichtig empfinde, in erster Linie mal alles zu geben und dann zu gucken, was am Ende rauskommt. Es kann halt nur einer gewinnen. So ist das eben im Sport. So ist das. Und viele gehen eben ja auch in ein Turnier und gehen am Ende leer aus, das ist so. In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mich gefragt, mich bitte zu entschuldigen, dass wir ins Private ein bisschen abrutschen. Wie ist es eigentlich nur der zweiterfolgreichste Sport zu Hause? Ja, mit Abstand. Die Verlobte ist ja die norwegische Nationalspielerin, die mir auch wieder Welthandballerin, Weltmeisterin, das sind ja Titel, die dir noch wählen. Ja, und nicht nur einmal. Dreimal Weltmeister, fünftmal Europameister, kann ich noch 15 Jahre spielen, da komme ich nicht hin. Also wie ist das für dich? Ja, wie ist das für mich? Ich finde das extrem beeindruckend. Also ich finde das extrem inspirierend und ich habe ja auch einen ganz guten Blick hinter die Kulissen jetzt bekommen die letzten Jahre und ich glaube, das ist, und es wird dadurch nur noch beeindruckender, weil man sieht, was dahinter steckt. Also was sie investiert und investiert hat in den letzten 15 Jahren nonstop und sich dahin gedrillt hat, das ist schon Wahnsinn. Das verdient jede einzelne Goldmedaille und wahrscheinlich auch noch ein paar mehr, aber es hat auch sehr, sehr viele Kosten. Das sieht man aus. Das ist schwer zu beschreiben, aber ich glaube, man sieht immer sehr schnell oder sehr einfach, wenn jemand da oben steht und wie auch immer den Teller oder die Goldmedaille da um den Hals hat, aber was dahinter steckt und wie viele Jahre und wie konstant das sein muss, damit das funktioniert, das ist schon, ist schon wirklich ja, beeindruckend. Und ich mache das auch nicht nur hobbymäßig. Ja, das ist eben das Entscheidende, du kannst das beurteilen. Aber das ist schon, ja, schon sehr beeindruckend. Und sie hat ja auch 2016 Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio gewonnen. Auf dich warten in diesem Sommer die ersten Olympischen Spiele. Jetzt waren wir ein bisschen knapp dran gescheitert. Ist das eine besondere Motivation, nun in Paris zumindest selber zu holen, damit du hier etwas vorbeist? Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Also ich hoffe natürlich, dass ich dabei bin. Du hast es angesprochen. Für mich war es zweimal sehr unglücklich. Das wäre toll. Ich merke natürlich auch, dass es bei mir so ins letzte Drittel geht, sage ich mal, der Karriere. Ich fühle mich gut und ich habe Bock zu spielen und ich möchte das auch gerne noch einige Jahre machen, aber man merkt natürlich, wenn die drei vorne ist, dass es irgendwann vorbeigehen muss. Und bei den Olympischen Spielen erstmal dabei zu sein, wäre schon fantastisch. Und wenn am Ende ein Bedeiheball rauskommen soll, dann nimmt man die auch gerne entgegen. Ja, das wäre toll. Wir drücken in jedem Fall die Daumen. Ein deutsches Wintermärchen ist es noch nicht geworden. Wir haben darüber gesprochen. Was braucht es, damit es aus deiner Sicht ein deutsches Sommermärchen wird? Ja, ich glaube, der Modus ist natürlich hart. Die Gruppen sind sehr hart, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen da anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Ich glaube nicht, dass so viel schlecht war. Wir wissen aber auch, dass wir noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben haben. Ich glaube, wir müssen ein bisschen abgeklärter, ein bisschen cooler werden. Da hilft vielleicht das halbe Jahr dann auch mal in diesen Extremdrucksituationen. gerade beim Heimturnier schon drin gewesen zu sein, knappe Spiele für sich teilweise entschieden zu haben, aber auch verloren zu haben. Ich glaube, das bringt uns weiter als Mannschaft. Wir haben noch mal ein bisschen mehr Zeit zusammen verbracht und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn es für eine Medaille reichen sollte, dann muss man sich erst mal in die Position bringen und dann am Ende brauchst du auch ein bisschen Glück, dass du den richtigen Tag erwischst. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Dafür sind die Top-Drei-Mannschaften vor uns einfach noch mal ein bisschen stärker. Da brauchen wir schon richtig, richtig gut. Und was braucht es, damit es zwei deutsche Sommermärchen gibt? Oh ja. Ja, das Gleiche wahrscheinlich. Und ich glaube, dass das von der Qualität her vielleicht sogar unsere Fußballer noch mal ein Stück dichter dran sind an der Weltspitze, wenn alle ihr volles Potenzial ausschöpfen. und was passieren kann, wenn man zu Hause spielt, ich glaube, haben wir gemerkt. Ich glaube, natürlich war unsere Erwartungshaltung, wenn du im Halbfinale bist, dann willst du mehr. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir auch viele Erwartungen übertroffen haben durch diese Zuschauer im Rücken, durch dieses Heimtonno, durch diese Euphorie und ein Stück weit Momentum. Und wenn das zu den Fußballern auch kommt oder es wird kommen, davon gehe ich aus, dann ist noch mehr für die Drogen. Bleibt die Abschlussfrage, was traust du der DBL bei der Heimton? Was ich dem zutraue, alles, eins. Sehr gut. Sagt Rune, danke, Hampa, Nationalspieler des THB Kiel. Danke, Rune. Danke. Jo, das ist ein sehr interessantes Gespräch gewesen, Sascha. Was bleibt dir denn heute noch in Erinnerung aus diesem Gespräch? Interessant fand ich tatsächlich, wie groß die Unterschiede doch zwischen Handball und Fußball sind. alleine, was die öffentliche Aufmerksamkeit natürlich anbelangt und wie privilegiert sich die Handballer tatsächlich wie Rune Damke fühlen. Und was würdest du sagen, was sind so die Kriterien, die du mitgenommen hast zu unserer großen Fragestellung, was braucht es für ein Sommermärchen 2.0? Eindrucksvoll hat er für meinen Geschmack geschildert, wie man als Team in so einer Europameisterschaft zusammenhalten sollte. Aussichtslose Situationen kann man am besten gemeinsam meistern, wenn man an einem Strang zieht. Und auch die Erwartungshaltung, das hat er ziemlich deutlich gemacht, sollten wir vielleicht etwas herunterschrauben. Es geht nicht um die bestmögliche Platzierung. Natürlich wollen wir eine Medaille, natürlich wollen wir einen Titel einstreichen, aber das ist nicht das ausschlaggebende Kriterium für Erfolg. Rune hat sehr deutlich gemacht, dass es darum geht, dass man sich mit einer Mannschaft identifiziert, die ihr letztes Hemd auf den Platz lässt. Mit der Nähe sprichst du was Spannendes an, das haben wir ja auch in den letzten Folgen immer mal wieder gehört. Und ich persönlich finde, dass die Frauen-Nationalmannschaft das richtig gut macht. Also ich fühle mich zum Beispiel viel verbundener mit der Frauen-Nationalmannschaft als mit der Männer-Nationalmannschaft vom DFB. Es braucht in erster Linie mal eine Mannschaft, die füreinander durchs Feuer geht und die auch die Fans anzündet. Das schafft man in erster Linie natürlich über leidenschaftlichen Einsatz, über Demut, Bescheidenheit und natürlich auch eine gewisse Nähe. Und deshalb habe ich mich auch mit Britta Karlsson getroffen. Sie ist die Co-Trainerin der Frauenfußball-Nationalmannschaft und hat sehr eindrucksvoll geschildert, wie die Frauen in unserem Land auch es geschafft haben, eine gewisse Nähe zu entwickeln. Sie hat als Spielerin den Aufschwung des Frauenfußballs in Deutschland hautnah miterlebt und inzwischen muss man einfach auch sagen, hat der Frauenfußball einen ganz anderen Stellenwert in unserer Gesellschaft eingenommen. Das zeigt sich auch darin, dass inzwischen es sogar Frauen gibt, die eine Männermannschaft trainieren. Über das habe ich mit Britta gesprochen und auch über ihre Erwartungshaltung vor der Fußball-Europameisterschaft. Finde ich sehr gut. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich freue mich drauf und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut, Sascha. Bis dahin. Hau rein, Tillmann. Gute Nacht. Gute Nacht. EM 2024 Die Suche nach dem Sommermärchen Ein Podcast von NOZ und MHN Medien. Ein besonderer Dank geht an unsere Kollegen Martin Schulte und Yannick Schappert für die redaktionelle Mitarbeit. Redaktion Sascha Bodo-Sievers Tillmann Wrede Philipp Nicolai und Kevin Dittmann Sprecherin und Schnitt Kirsten Stünkel Sounddesign Marietta Osterloh Social Media Lukas Benker Inge Kausch und Livecenter SHZ Cover Tina Kehler Und dein Danke geht außerdem an Sebastian König und den Uwe Seeler Fußballpark in Malente sowie unsere Helferinnen und Helfer im Hintergrund. Jungs Profil unteratie der Jungs den 오 Vielen Dank.